Am Freitag, den 13.01.2015, wurde eine ca. 23-jährige Frau in der Helsingbürgerstraße 48 in ihrer Wohnung um 0 Uhr ermordet. In der Nacht zum Samstag hörte die Nachbarin einen lauten Schrei. Sie vermutete, dass der Schrei von der Mieterin der gegenüberliegenden Wohnung kam. Daraufhin ging sie ins Tremdenhaus und bemerkte, dass die Tür der Wohnung offen stand. Sie sah die Frau leblos am Boden liegen und alarmierte umgehend die Polizei. Anschließend traf die Hauptkommissarin ein. Die Hauptkommissarin entdeckte den Täter in der Wohnung, woraufhin er versuchte zu fliehen. Mit einem Schuss ins Bein konnte der Täter nicht entkommen. Er gestand die Tat und wurde festgenommen. Aussagen des Täters zufolge habe er aus Eifersucht gehandelt. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ich habe noch etwas Zeit, was ich mit einer Zeit mit der Tatverkommann anzuneен전 Nagezucht machen. Aus Eifersucht gehandelt.